Jetzt zeige ich mal, wo mein Raum ist. Das sind die Sachen, die ich gleich anhaben werde. Wie schön ist das denn? Die Leute sollen sich mitnehmen, dass das Leben bam ist, dass die Zukunft sensationell ist und dass wir nicht Opfer der Zukunft sind, sondern dass wir sie gestalten können. Was wir gerade im Prinzip machen, ist erstmal ein technischer Ablauf. Das heißt, wir checken, dass die ganze Technik funktioniert. Wir gehen alles einmal durch. Wir ändern viele, viele Sachen. Wir haben die Monitore noch mal geändert, Sound optimiert und so weiter und so fort. Die ganze Kraft kommt eigentlich während der vier Stunden durch. Und dann, wenn der technische Teil vorbei ist, gehe ich ganz ruhig. Also hier ist sonst niemand, das merkt man da. Es gibt keinen, keiner kommt hier hin. Ich bin ganz alleine in dem Raum, konzentriere mich total, so fast meditativ, sammle noch mal Kräfte und dann boff, gehe ich raus. Okay. Bis zum nächsten Mal, danke. Vielen Dank.